So, jetzt kann man drauf verhauen, das ist ein kleines Modell, und die Teile sind zum Teil ausgeläsert, Euro erhältlich. Das G-Modellbau, hier der Pilot, der kleine Liste, dieser Wollkampür, an den Kollegen Stephan. Wir haben noch etwas G-Modellbau, und das ist eine dritte Art, die wir hier im Gardermo. Und das ist ein kleine K-Modellbau, das ist ein kleiner Wollkampür, das ist ein kleiner Wollkampür. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020